Ah ja, das hört ihr auch so, glaube ich. Es wird gebannt, lässt keine Chance mehr dann. Und, ja, also Freunde, seid schnell, seid, ah, scheiße, ich wollte nicht abspringen. Recht, hier landen wir. Ähm, und ja, Freunde, letzte Warnung, wer frech ist oder perverse Sachen macht, der wird dann gebannt für immer. Trotz, wenn ich 20 bin, 21, 23 oder was auch immer, werden dann gebannt. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir spielen jetzt noch weiter vor Ort. Tschüss. 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 Also, dann bleib ich mal hin oder 15.